So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO! Wir haben hier wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Bin ein bisschen aus der Puste, muss ich sagen, denn ich habe gerade schon die Folge aufgenommen. Bin am reden, 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 reden. Dann klingelt es plötzlich an der Tür, obwohl die Post heute eigentlich schon da war. War es trotzdem die Post? Was war da denn los? Jetzt bin ich raus, habe schnell die Sachen reingeholt. Musste die Aufnahme danach natürlich abbrechen. Musste jetzt eine neue machen. Andere YouTuber können das dann schneiden. Aber der Ramses, der spricht immer alles am Stück ein und lebt das dann einfach so hoch an. Da muss man auch mal mit der Mafia rechnen, äh, mit der Post. Gleichzeitig hört ihr vielleicht, dass meine Stimme ein bisschen kratzig ist oder ich mich ein bisschen anders anhöre. Mir ging es die Nacht nämlich so schlecht. Ich habe mich eine Stunde in die Wanne gelegt, einfach nur damit mir wärmer wird. Wie gesagt, die Heizung ist aus. Ich darf hier nicht gemütlich wohnen. Ich muss frieren. Und dann lag ich in der Wanne rum. Mir war so schlecht. Ich hatte so einen drückenden Magen die ganze Zeit. Ich bin dann raus. Als ich raus bin, war es noch schlimmer. Ich habe mich die Nacht mehrmals übergeben. Das war richtig, boah. Deswegen durch den Kotzreiz habe ich jetzt irgendwie noch so ein Kratzen im Hals die ganze Zeit. Ist auf jeden Fall, naja, nicht so schön, ja. Was schöner ist, hoffentlich, ist das eliminierende Legenden-Y-Event. Denn man wusste ja schon, dass Xenias und Evil-Tal beide in die Raids kommen, nacheinander. Das war auch schon angekündigt, dass nach Xenias Evil-Tal kommt. Das ist jetzt nichts Neues. Was neu ist, ist, dass es auch ein Event mitbringt. Aber das hätte man sich auch irgendwie schon denken können. Und was das alles beinhaltet, gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe hier wieder die Artikel von pogefans.net. Wo ich ja immer sage, das ist schön übersichtlich. Aber mir ist das diesmal hier zu viel. Einfach nur Schrift. Und ja, hier sind zwar ein paar Bildchen. Evil-Tal, Pam-Pam, Pandagro, Galazik-Zaks. Aber vielleicht haben die es auch genau einfach nur auf den Punkt gebracht. Wo ich sagen muss, Go-Games ist diesmal hier schön gearbeitet mit Bildern. Und das hier alles anschaulich irgendwie dargeboten gleich. Aber ich weiß auch nicht. Wir ziehen uns jetzt einfach mal den Go-Games-Artikel hierher. Weil wir sonst immer mit pogefans.net arbeiten. Was wichtig ist, erst mal das Datum. Ihr wisst, heute ist Dienstag. Heute ist der zweite Teil vom X-Event dran. Und dort wird es dann genauso sein, dass das Event insgesamt eigentlich zwei Wochen geht. Ihr eine Woche das normale Event habt, den Teil 1. Ihr während dieser Zeit Boni freischalten könnt für den zweiten Teil des Events. Das werden wieder einige nicht auf dem Schirm haben. Deswegen schreibt euch in euer Handy rein. Ich sage es jedes Mal. Jeder hat ein Handy. Jeder kann in den Kalender reingucken. Kann da reinschreiben. Am 18. Mai, 10 Uhr, ist Raid Boss Wechsel und damit auch das Event Beginn. Aber bedenkt bitte, wenn um 10.30 Uhr ein Ei aufgeht, da kann dann noch kein Evil-Tal drin sein. Weil das Ei dann ja 9.30 Uhr da war und 10.30 Uhr aufgegangen ist. Alle Eier, die ab 10 Uhr kommen, beinhalten dann Evil-Tal. Das heißt, ihr könnt ab 11 Uhr dann Evil-Tal raiden. Im Prinzip ist es die letzten paar Wochen, Monate, Jahre immer so gewesen dann, dass am Dienstag das gewechselt hat. Wir haben am Dienstag vor der Woche kamen sehr näher es rein. Jetzt am Dienstag 10 Uhr beginnt der zweite Teil des Events. Dienstag 10 Uhr nächste Woche kommt Evil-Tal rein. Dienstag danach die Woche ist der zweite Teil vom Evil-Tal-Event. Also das ist ein festes Datum. Das könnt ihr euch momentan immer merken. Niantic bleibt dieser Linie treu. Dass das zwischendurch nochmal wechselt, ist eigentlich auch uninteressant. Merkt euch einfach 18. bis 31. bis zum Montag dann um 20 Uhr. Zwei Teile. Was ist das Besondere jetzt? Teil 1, Evil-Tal erscheint erstmals in legendären Raids. Und ich denke auch, dass das Interesse an Evil-Tal wohl größer ist als an Xerneas. Xerneas sieht gut aus, ist schön, ja, nicht zu süß, ne, wie bei Capital Brate. Aber dadurch, dass es ja trotzdem keine Feen-Sofort-Attacke hat und so genervt wurde mit 1000 weniger WP, haben viele Leute wohl trotzdem keinen Bock, gerade wenn wir Raids für Zuschauer machen, wir sehen das. Es ist kaum Interesse da. Und da wird nicht so gesuchtet, wie man das vielleicht dachte. Evil-Tal hingegen sieht halt einfach richtig böse aus, ja. Hat wenigstens auch Attacken, die seines Typs entsprechen, auf beiden Seiten. Was es dadurch eigentlich noch ein bisschen stärker macht als ein Xerneas, obwohl die beide genau die identischen Werte haben, wie Kyokre und Groudon. Und Menschen haben eh so eine sadistische Art an sich. Sadistische Ader. Alles Satanisten. Guckt sie euch an. Deswegen wollen die in den Raids auch sowas. Ah! Sieht aus wie so eine Chipotle Chili, ne. Könnt ihr bestellen, könnt ihr essen. Könnt ihr euch fühlen, wie ich gestern in der Badewanne. Ähm, ja, was geht's noch? Pam Pam erscheinen in 12 Kilometer Eiern. Das ist auch wichtig, wer das nicht weiß. Heute, im zweiten Teil vom X-Event, erscheinen Pam Pam in Raids der Stufe 1. Aber nur bis Montagabend. Weil am Dienstag dann das Y-Event losgeht, es dann nicht mehr in den Raids ist und in die 12 Kilometer Eier huscht. Wer also unbedingt noch ein gutes Pam Pam möchte, Bonbons sammeln will, das entwickeln möchte oder ein Hunderter oder so. Nutzt die Zeit jetzt bis zum Montag und macht Pam Pam Raids. Unlicht Pokémon. Oh, da sind wir beim Thema. Wir haben ja gestern schon spekuliert. Da gibt's überall Lavita an jeder Ecke. Richtig krass, dass du dann Despo da machen kannst. Unlicht Pokémon wie Hunduster und Carnivania erscheinen häufiger wild. Okay, kann man sich mal ein Carnivania auf Level 50 ziehen. Nein, aber so ein Mega Hunduster auf Level 50 wäre schon eine krasse Sache. Mega Hundemon meine ich. Also, ich denke mal so wie Dratini jetzt das Event überwogen hat, ist wahrscheinlich dann Hunduster der Star, der Manege. Flauschling, Pavi, Viscora erscheinen weiterhin wild. Also, die sind jetzt da, bleiben dann auch noch. Ihr habt also jetzt noch drei Wochen, schön Viscora zu farmen. Zeitlich begrenzte Forschung mit Galazickzacks. Okay, heftiges Pokémon auf jeden Fall. Na, Barrikadax ist eigentlich schon ganz cool. Also, kann man schon was mit anfangen. Doof ist halt natürlich, ihr habt dann eine Forschung und es kann nicht shiny sein. Ihr kriegt hier das aus Feldforschungen, ihr kriegt es aus AR-Feldforschungen. Aber es kann nicht shiny sein. Und daran werden wieder viele scheitern, wie bei Galaponita jetzt. Weil es war ja hier auch so, Galaponita, begrenzte Forschung mit Ponita, Ponita im Durchbruch. Ponita in Feldforschungen, Ponita in Raids, Ponita im AR. Ja, Mist. Und die Leute sind durchgedreht. Immer noch kein Shiny, immer noch kein Shiny. Da das Shiny erst für die zweite Hälfte freigeschalten wird. Das müsst ihr euch vor Augen halten. Und das wird bei Zickzacks dann auch so sein. Ihr braucht also gar nicht so auf Zickzacks steil gehen im ersten Teil. Das kommt erst im zweiten dann dazu. Trotzdem, zeitlich begrenzte Forschung nimmt man immer mit. Psychophee und Drachen-Pokémon in Raids. Sind wir mal gespannt, was da so alles reinkommt. Und jetzt haben wir ja auch Kindwurm-Raids für Zuschauer gemacht. Jetzt im zweiten Teil würden wir Pampam-Raids für Zuschauer anbieten. Was natürlich cool ist, weil die ja nur begrenzt sind. Wer weiß, was da noch alles in die Raids kommt. Besondere 7km-Eier steht hier. Unlicht-Pokémon in Raids. Aha. Also Psycho, Fee und Drachen-Pokémon in Raids. Und Unlicht-Pokémon in Raids. Warum haben die das nicht alles in eins geschrieben? Feldforschungen mit Galat-Zickzacks, Zuchokeks und mehr AR-Feldforschungen für Galat-Zickzacks. Krypto-Pokémon können mit einer Lade-TM-Frustration vergessen. Das ist auf jeden Fall ein heftiges Highlight. Hier war es ja jetzt so, dass ihr bestimmten Pokémon bei der Entwicklung dann wieder die Seed-Day-Attacken beibringen konntet. Wie zum Beispiel Dragoran und Brutalanda. Da, das böse Event, zeigt euch aber, dass ihr den Krypto-Pokémon Frustration verlernen könnt. Und das ist wichtig. Viele Leute fragen immer, wann gibt es denn wieder mal so ein Rocket-Event? Wann kann ich denn mal wieder Frustration verlernen? Nächste Woche, Dienstag ab 10 Uhr, könnt ihr das. Schreibt es euch auf. Dann schreibt halt Frustrations-Event in euren Kalender oder irgendwas rein. Die Werte von Evil-Tal müssten jetzt bekannt sein mittlerweile. Wie gesagt, statt 5.104 kommt es jetzt nur noch auf 4.200. Beziehungsweise, wer nicht Level 40 ist und nicht auf 50 pushen kann, kann es immer noch ab Level 38 auf Level 40 pushen mit 3.7. 3.700 müsste dann so im Bereich Ho-Oh sein irgendwas. Ho-Oh, Lugia, sowas da mittendrin. Ihr seht hier nochmal die 7 Kilometer Eier, was da alles drin sein kann. Also, Radfratz, ja, Mauzi, also alles Alola, Sachen, Sneebel aber auch hier als Unlicht. Also, 7 Kilometer Eier interessieren mich in dem Event wahrscheinlich komplett gar nicht. Hat mich jetzt in dem Event nicht interessiert, obwohl da Kaumalad drin war, interessiert mich hier aber auch nicht. Und das Gute ist, da mich Kaumalad nicht interessiert hat, hat einer Jenti gesagt, gibt es einen Kaumalad-Zi-Day. Also, alles richtig gemacht, Ramses. Bevor du hier lauter Eier brüllst, nimm den Zi-Day einfach mit. Hier ist auch nichts dabei, was ich noch brauche. Globale Herausforderung steht noch dabei. Wenn die Herausforderung geschafft wird, diesmal müssen wir 25 Millionen Team-Go-Rocket-Rüppel besiegen. Also, das machen die Leute ja sowieso gerne. 25 Millionen Rüppel besiegen, statt 500 Millionen Feen fangen. Klingt doch auf jeden Fall fair. Und dann wird freigeschalten. Dreifache EP für das Fangen von Pokémon. Wow, das haben wir jetzt eine Woche. Und dann könnt ihr eine Woche dafür kämpfen, dass wir die zweite Woche vom Event wieder dreifache EP haben. Also, die hauen die EP jetzt richtig raus. Eine Woche lang dann dreifach fangen. Noch eine Woche dann dreifach fangen. Darauf freuen sich auch viele Leute, die noch nicht Level 50 sind oder die erstmal Level 40 werden wollen und dann Level 50. Da hauen die auf jeden Fall rein. Shiny Galazickzacks wird veröffentlicht und Galazickzacks in Raids. Ist jetzt ja auch so, dass Galaponita ist ja auch in Raids noch. Da werde ich die Woche natürlich ein paar machen. Auf der Suche nach dem Shiny. Und dass dann Galazickzacks in die Raids kommt, finde ich auch sehr gut. Muss eh die Champion-Medaille noch pushen, kann ich das gleich kombinieren, alles. Jetzt habt ihr, ach, der Zeitraum der Herausforderung. 15. bis 24. Mai. Lasst euch davon nicht unter Druck setzen. Macht einfach, spielt einfach wie ihr spielt. Bisher wurde es immer geschafft. Und selbst wenn es nicht geschafft wurde, in Niantic hat es euch meistens trotzdem dann freigeschalten, hinterhergeworfen. Gab es Sachen, die wurden mal nicht geschafft. Aber wahrscheinlich wollten die gar nicht, dass man das schafft. Die schillernde Variante von Galazickzacks könnt ihr euch übrigens jetzt auch schon in Pokedex angucken. Vorausgesetzt, ihr habt schon einen Galazickzacks und ihr habt einen Shiny-Zickzacks. Dann wird das Shiny nämlich bei Galazickzacks auch schon angezeigt. Details zum zweiten Teil. Was dann also die Woche drauf am Dienstag erscheint. Felinara erscheint in Pokémon Go. Und nicht mal ein Bild da. Toll. Felinara wird, glaube ich, über das Buddy-Feature entwickelbar sein. Wenn ihr Herzen verdient mit eurem Evoli, könnt ihr das dann zu Felinara umbasteln. Erscheint nicht im Feen-Event. Erscheint im bösen Unlicht-Event. Evoli, Drassler, Flauschling, Pavi und andere Pokémon erscheinen häufiger wild. Wahrscheinlich Viscora auch. Oder wie der Typ heißt. Evoli, Drassler. Wer noch ein Evoli dann braucht, natürlich. Nehmt halt Evoli mit. Besondere 7-Kilometer-Eier. Flauschling, Pavi, Viscora erscheinen weiterhin wild. Als immer noch. Die ganzen 4 Wochen dann da. Aquana, Blitzer, Flamara, Psyana nach Tara in Raids der Stufe 3. Zur Feier, dass sie dann das Felinara raushauen. Warum haben sie nicht gleich noch Fulipurba und Glaziola mit in die Stufe 3 genommen? Das wäre doch richtig fett. Und dann einmal alle durchraten in einer Folge. Feldforschungen mit Evoli und Evoli Evolutionen. AR-Feldforschungen für Knurs. Felinara-Avatar-Items im Shop. Ähm. Ihr seht auch die 7-Kilometer-Eier. Was ist da wieder dabei? Für mich nichts. Evoli aus dem 7-Kilometer-Ei. Nachdem es schon ein Seeday hatte alles. Und so oft vermehrt irgendwo spawnen. Ansonsten ein paar Babys. Alles klar. Ich glaube im zweiten Teil das Interessante für die meisten wird natürlich Felinara sein. Und jetzt im zweiten Teil ist das Interessante natürlich Pampam und Shiny Galaponita. Und da wird es dann halt einfach die Zickzacks-Raids sein. So wie die Ponita-Raids. Oder halt Feldforschungen. Könnt ihr euch ja auch suchen, was ihr macht. Und das neue Pokémon ist da Felinara. Da ist Pampam. Ist also ähnlich aufgebaut. Dreifache EP gibt es sowieso dann überall. Team Go Rocket. Das ist noch interessant. Team Go Rocket wird mit diesem Event neue Krypto-Pokémon verwenden. Erstmals könnt ihr außerdem neuen Rüpeln begegnen. Die sich auf bisher noch nicht verwendete Typen spezialisieren. Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass euch mehrere Rüpel auf einmal angreifen. Da bringen sie das Großstadt-Feeling direkt zu euch nach Hause. Damit ihr wisst wie das abgeht. Wenn da 10 Mann auf einen gehen. Während dem gesamten Event erscheinen Team Go Rocket Rübel häufiger. Ist ja jetzt im Prinzip auch schon so. Dadurch, dass Team Go Rocket die ganze Zeit gar nicht da war. Müllen sie euch jetzt damit zu. Aber ist okay. Müsst ihr nicht machen. Aber wer welche machen möchte, freut sich natürlich, dass die so zahlreich vertreten sind. Fazit. Was sagen sie denn hier dazu? Frustration vergessen. Deutlich nützlicher. Ausnahmslos die Stärksten. Felinara veröffentlicht. Evoli als Kumpel. Ach, da steht es sogar auch nochmal dabei. Um Felinara zu entwickeln, müsst ihr mit Evoli als Kumpel Herzen sammeln. Wie viele, wissen wir nicht. Zeigt mal euch später. Wir sind guter Dinge, dass die Herausforderung auch diesmal geschafft wird. Und die schillernde Variante von Galazickzacks freigeschaltet wird. Fertig. Iwetal ist leider, genau wie ich es dir näherst, nicht nützlich dank seiner Attacken. Warum? Ich denke, den kann man als heftiges Flug-Pokémon nehmen und vielleicht sogar auch als Unlicht-Angreifer. Und haben sie jetzt wieder was an den Attacken gemacht, was keiner weiß. Keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, dass das eher passt. Aber gut, dann ist es halt nicht nützlich. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Trex-Event. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und schreibt natürlich mal rein, auf was ihr euch besonders im Y-Event freut. Ist es Felinara? Ist es Galazickzacks? Ist es Evil-Tal, das Nutzlose? Oder freut ihr euch auf Evoli aus den 7km-Eiern, weil ihr noch keinen Zappen habt? So, das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.